So, bitte. Curry mit Pommes, bitte. Und noch ein Bier, bitte. Und ein Bierchen. Danke schön. Danke. Bitte. Stell dir vor, du bestellst eine Currywurst und ein Bier. Stell dir vor, deine Stadt stimmt für etwas ab und dann bekommst du absolut gar nichts. Nicht euer Ernst. Vor zwei Jahren haben in Berlin über eine Million für den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen gestimmt. Berlin sagt Ja zur Enteignung großer Immobilienkonzerne. Der Berliner Senat boykottiert den Willen der Mehrheit. Aber es gibt eine Möglichkeit, die Enteignung auch ohne den Senat durchzukriegen. Wenn wir ein Gesetz des Volksentscheids gewinnen, dann muss vergesellschaftet werden. Dann wird die Enteignung Gesetz. Dafür brauchen wir deine Hilfe. Für Infomaterial, Banner, das Büro. Für die Fachleute, die das Gesetz schreiben. Die andere Seite hat die fette Kohle der Immu-Lobby. Aber wir sind Berlin. Unterstütz unseren Kampf. Jeder Euro hilft. Jeder Euro hilft. Enteignen, wenn man nicht alles selber macht. 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 Das war's!